Yo Leute, ich hoffe man sieht mich ausreichend gut, ich wollte nur mal eben sagen, heute war ein scheiß Tag, ja. Also mein Freund war da, das war an sich toll, aber wir waren draußen und heute war so eine Hitze, zwischendurch waren 26, 27 Grad, ich hätte sterben können, ja. Als du was ankommst, hast du mir erstmal ins Bett gelegt, ja. So früh schon wieder aufgestanden, weil ich nochmal was trinken wollte, kommen mir jetzt zurück und denkst du, dass mein ganzes Bett nass ist, weil ich das so voll geschwitzt hab, ja. Boah, ich hasse Hitze und diese Hitze ist schlimm, ich bin ja so ein Wintertyp, so einer der ein T-Shirt oder auch, wenn man in Erichtigung leben muss, auch oben ohne draußen rumläuft. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, war ein scheiß Tag. Aber hat mich auf eine Videoidee gebracht, falls ihr mal ein paar Tipps von mir sehen wollt, die nützlich sind für Menschen, die so sind wie ich, also entweder fette, perverse, perverse, falsche Wort, sexuell aufgeschlossene, nicht lügende oder faule Menschen. Ja, dann schreibt mir in die Kommentare, dass ihr das sehen wollt, wenn das mindestens drei Leute schreiben, dann mach ich so ein Video, wo ich mal meine Tipps verrate, die ich so über den Alltag hab. Ich geb euch einen Tipp, also ich geb euch schon mal eine Andeutung, worum es da geht, zum Beispiel, weil einer der Tipps hat, was mit Unterhosen zu tun, das wird euch sehr interessieren, vermutlich. Ist das Bild grad irgendwie anders geworden? Weil grad halt irgendwie mehr rüber, ich mach mal kurz das Licht abschirmen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, ja. Und das war's, ja. Vielleicht auch ein paar Tipps, die ihr euch auf der Vorderseite zurecht findet, aber das kommt dann, wenn ihr das wollt, mehr als drei Leute.